Michael, am Schluss hat es nicht gelangt für den zweiten oder dritten Punkt. An was ist es gelegen? Ja, ich glaube es waren ein paar dumme Fehler. Wir könnten sicher besser spielen. Nach dem Start sind wir eigentlich recht froh, dass wir gut zurückkamen ins zweite Titel. Ich habe das Gefühl gehabt, es war sehr gut. Und dann am Schluss doch wieder ein paar dumme Fehler, die uns dann die zwei Punkte gekostet haben. Sag noch einmal, das zweite Goal, das ihr gemacht habt oder auch Beteiligung? Also, das war etwas vom schöneren, das wir bis jetzt in dieser Saison sehen. Ja, es war sicher ein schönes Goal, aber sonst zählt es auch einfach. Ich glaube, wir mussten uns hart kämpfen. Wir waren sehr am Kämpfen. Wir mussten es bis zu diesem Goal nicht unbedingt gut gespielt und das hat uns sicher ein bisschen Auftrieb gegeben. Danke vielmals.